Das Entwicklerstudio Not Doppler, welches auch schon das sehr erfolgreiche Spiel Irren to Die herausgebracht hat, das haben wir euch auch schon vorgestellt, findet ihr auf unserem Kanal, die haben jetzt auch das Spiel Stripe Force Heroes Extraction heute im App Store herausgebracht und diese stellen wir euch heute vor. So, in der ersten Mission wird uns dann eben alles erklärt, wie wir springen, da sehen wir, wir müssen links auf dem Bildschirm drücken für springen, wenn wir länger drauf bleiben, dann springt der auch höher. Ja, und man muss nichts machen, um zu laufen, der läuft von selber. Und am Ende des Spiels bekommt man halt immer Sterne. Es kommt drauf an, wie viele Münzen man eingesammelt hat und die Zeit, die man eben gebraucht hat. So, und hier ist das Level dann auch vorbei. Hier sieht man eben, man kriegt einen Stern für sein Ziel, eins für Münzen und eins für Zeit. Der Kampagnenmodus beinhaltet viele Missionen, da muss man zweimal das gleiche machen, deswegen ist es trotzdem sehr spaßig, dass es viele Spielelemente gibt, viele verschiedene Landschaften, wie ihr seht. Hier rennen wir dann eben hier auf solchen Hausdächern, später kommen wir dann auch noch in Schneelandschaften, und so weiter. Hier sieht man dann nochmal die ganzen Missionen, die es gibt. Jetzt scrolle ich jetzt einfach nochmal nach oben, und ihr seht, jetzt gehe ich nochmal nach unten, und ihr seht, es sind ganz viele Missionen, und zwar sind es eben 30, und dann zeige ich euch jetzt auch noch den Shop, da gibt es eben Charaktere verschiedene, die haben dann eben verschiedene Fähigkeiten, und die können wir dann eben mit den Münzen sammeln, die wir im Spiel gesammelt haben, oder per In-App-Käufe gekauft haben. Dann noch die Waffen, da gibt es auch sehr viele verschiedene, da gehen wir jetzt auch mal durch, hier haben wir eine Pistole, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Shotgun, hier haben einen Sniper, dann Raketenwerfer, und hier sind eben noch alle noch nicht freigeschaltet, ich scrolle hier nicht ganz nach unten, da gibt es noch ein paar mehr. Ja, dann haben wir hier noch Upgrades, dass wir zum Beispiel mehr Leben haben, das habe ich jetzt mal gekauft, oder dass man eben schneller nachladen kann, und so weiter. Neben dem Kampagnenmodus haben wir eben noch zwei andere Spielmodi, da wäre zum einen der Survival-Mode, den zeige ich euch jetzt, wir haben hier eben drei verschiedene Karten, und eine vierte wird dann auch noch mit einem Update hinzugefügt, so, und dann kommen wir jetzt auch gleich ins Spiel rein, jetzt sind wir auch schon drin, so, die Steuerung ist gleich wie beim Kampagnenmodus, hier geht es eben darum, eben so lange wie möglich zu überleben, so weit wie möglich zu laufen, deswegen sind hier auch Gegner, also ist es so wie beim Kampagnenmodus, nur dass wir eben versuchen müssen, so lange wie möglich zu überleben. So, hier schießen wir dann jetzt auch noch auf ein paar, und dann können wir jetzt eben wieder weiterlaufen, hier schießen wir wieder, und hier laufen wir dann eben weiter. So, dann haben wir noch den Freebun, Modus, den zeige ich euch jetzt auch gleich, so, hier ist er mit dem Hauptmenü, dann klicken wir einfach auf Freebun, hier haben wir dann auch eben verschiedene Maps, da müssen wir dann eben auch eine gewisse Anzahl an Sternen haben, um die freizuschalten, hier haben wir eben keine Waffe, das Einzige, was wir machen müssen, ist eben so weit wie möglich zu kommen, nur dass wir halt nur hüpfen müssen, wie ihr seht, es gibt keine Gegner, und deswegen ist es dann auch ein bisschen leichter, die Münzen können wir dann natürlich auch in Kampagnenmodus verwenden, um Waffen und so weiter zu kaufen. Mein Fazit zum Spiel, ja, das Spiel beinhaltet viele verschiedene Missionen, drei verschiedene Spielmodi, die ich euch ja gezeigt habe, dann haben wir noch 20 spielbare Charaktere, 33 Waffen, und eben das Spiel kostet gerade einmal 1,79, ist leider keine Universal-App, das ist allerdings nicht so schlimm, und das Spiel enthält auch noch ein paar In-App-Käufe, die man aber nicht unbedingt braucht, um das Spiel durchzuspielen. Dann bis zum nächsten Video, Tschüss!